Ja, hallo und herzlich willkommen bei diesem Video-Tutorial Wie tue ich Wein manuell sortieren in einer Kategorie? Ich möchte euch heute zeigen, wie das funktioniert. Und zwar wähle ich dazu heute die Kategorie Schweiz. Das heisst, ich sehe alle Wein, die man in der Kategorie Schweiz kaufen kann. Ich möchte jetzt zum Beispiel die Weisse Wein an der ersten Stelle haben. Jetzt hier an letzter Stelle. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Dazu gehen wir ins Admin-Panel vom Webshop. Wählen die Weisse Schweiz aus, bei Produkten, auf der linken Seite. Drücken Auswahl einschränken. Und jetzt haben wir hier alle Produkte in der Reihenfolge. Wir klicken hier auf Sortieren. Wenn das schwarz selektiert ist, dann ist das so richtig. Jetzt möchten wir zum Beispiel den Namen Burkalder Riesling Silver Elegance an der ersten Stelle haben. Wir klicken auf dem Produkt mit der linken Maustaste drücken und per Drag & Drop an die erste Stelle verschieben. Wir lassen los und warten, bis das Synchronisierungskreis fertiggestellt ist. Wir nehmen den zweiten Wein, den Guivaut Amour Blanche. Wir wollen den ebenfalls an der zweiten Stelle haben. Wir nehmen den Weisse Wein Rüttiberger Pinot Gris. Wir schieben den an der dritte Stelle. Wir schauen jetzt in der Kategorie, in dem wir das Menü synchronisieren. Jawohl, die Weinreihe folgt auch so auf, wie wir sie sortiert haben, manuell. Die Reihenfolge ist von oben runter, das heisst, der oberste Wein ist an erster Stelle auf der jeweiligen Kategorie. So, das wäre es auch schon gewesen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich bis zum nächsten Videotutorial. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich für eure Aufmerksamkeit.